Musik 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 Sie hätten mir doch sagen müssen, dass Sie hier drauf sind. Der Richter konnte ja gar nicht anders entscheiden. Bitte, ich will zu meinem Kind. Sie müssen mir helfen, Jenny zurückzubekommen. Wir haben eben das Sorgerecht verloren, weil man sie wieder in der Hermannstraße gesehen hat. Mit einem Freier. Ohne Jenny hat das doch alles überhaupt keinen Sinn mehr. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich war in meinem Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Zufrieden? Was ist? Bis zum nächsten Mal.